ja servus und hobi deri aus bayern meine willen kreuzer und finden das einschalten und vorbeischauen freie in diesem video schauen wir uns heute den xr pillager und das ist nicht markierlos ist also 365 tage im jahr 24 7 stimmt eigentlich gar nicht mehr und das habe ich auch nicht so mitbekommen damals es geht um den 3 november 2021 entweder habe ich es verdrängt oder einfach nicht mitbekommen es ging eigentlich nur so um die 25 minuten ja der xrpl wurde gestoppt ja es war mehr oder weniger ein selbstschutzmechanismus würde ich jetzt mal sagen und kann es noch mal vorkommen was man genau die probleme und viele weitere informationen diesbezüglich schauen wir uns heute in diesem video an und ansonsten freue ich mich natürlich gerne wenn ihr den algorithmus pusht aber brauche ich gar nicht mehr leute vielen dank fürs vorbeikommen fürs immer wieder vorbeikommen für den argopush vielen vielen dank ihr wisst wie bescheid wie das geht und ansonsten schaut unten bei den links vorbei was ich euch über die monate und jahre hinweg gesammelt habe und hoffe für euch ist was schönes dabei also let's fitz rein da leute wie oft von mir üblich möchte ich euch auch ein paar gedanken hier und da mitnehmen und heute habe ich mir hier rausgepickt von brian armstrong also vom ceo von coinbase also co-founder und ceo von coinbase hat uns hier getwittert und zwar folgendes poetischer und inspirierender vortrag von eric vor hieß freiheit steht an der grenze und ist chaotisch aber sie führt zu den besten ergebnissen für die gesellschaft diejenigen die behaupten uns davor zu schützen streben nach macht für sich selbst und schaden am ende der gesellschaft oder schaden den kleinen anlegern also den kleinen leuten ja wir haben gesehen wie sich diese experiment also wie dieses experiment in der geschichte viele male abspielt also sich immer wieder abspielt leute ein freier markt ein wirklich ja nicht lassen wir dieses dezentrale gedönsel mal weg ein freier markt leute wo einfach entschieden wird die masse geht ja immer dorthin wo es am schönsten ist wo es am besten ist aber die märkte was wir haben ist nicht frei die ist geprägt von macht von korruption von eigenen taschen selber voll machen bestechen lügen und so weiter und so fort was alles wir menschen halt eben sind regierungen und regulatorische behörden zugunsten des eigenen wohls bestechen oder sonstiges regeln in kraft setzen die sich für sich selber nur als gut entpuppen und nicht für die allgemeinheit etc jetzt hat der etc das hat hier unser ben amstrong sagen wollen oder bezüglich beziehungsweise unser eric warhees und ja unter anderem die am stärksten regulierten branchen haben höhere preise das sehen wir hier anhand dieser statistik hier und weniger wettbewerb und innovation was den verbrauchern schadet der freie markt ist der beste regulator der unternehmen mit schlechteren produkten und schlechteren preisen schnell ausscheidet so und was sehen wir hier in unserem geliebten ja ich sag mal dlt oder blogs im bereich ja genau das gleiche logischerweise beste beispiel beste beispiel leute auch unvoreingenommen völlig rational und objektiv alles betrachtet ethereum ethgate und ripple oder xrpl co-founder und beteiligte von ethereum ja mit der der korrupten sec allesamt korrupte punkt 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 gegen ripple gegen xrpl ja das ist wieder was wo man die korrupte regulatorische behörde sich zu nutzen macht und das ist wieder mal kein freier markt zum beispiel auch bezüglich anderen projekten ja und den beteiligten und den CEOs und co-foundern und und keine ahnung developers die sich gegenseitig zerstören und und hier greenpeace bezahlen natürlich auch ripple und so weiter ist nicht ganz unschuldig etc etc gegen bitcoin gegen xrp und 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 es gibt so viele beispiele leute es muss nicht immer nur xrp der sünden box sein oder mal auch der böse oder bitcoin etc ihr wisst was ich hier meine ihr wisst was hier brian armstrong meint den gedanken was ich euch hier mitgeben wollte es wäre doch mal richtig schön einen freien markt zu haben oder ich wäre gespannt wer da bei den unternehmen an erster stelle wäre und wer bei unserem geliebten dlts space an erster stelle wäre alles klar schreibt mir gerne mal in den kommentar section was ihr denkt so ok in diesem video heute geht es um einen tweet von mir und einem ganz schnellen wortwechsel zwischen mir und einem unl validator auf dem xrpl am 3 november 2021 wurde das xrp ledger tatsächlich gestoppt ja es kam nicht mehr voran und fun fact es ist auch lustig triggert natürlich wieder einige dass das anhalten analysieren und lösen eines gesamten hauptbuchs im xrpl dauert weniger als die blockzeit von bitcoin genial und somit wie versprochen video kommt hier dementsprechend es geht auch um einen tweet von unserem fed ja er ist hier der xrpl d unl validator und der hatte hier geht wird hat eine information und da ging es genau um diesen 3 november 2021 und dass der xrpl wegen ich glaube ich war es ich glaube es war wegen zu hohen fees etc gestoppt worden ist ich weiß nicht wieso er das gelöscht hat ich hatte nämlich gefragt wann könnte das wieder passieren bei welchen parametern und wie lange hat es damals im jahr 2021 was es gedauert bis es wieder los ging das sehen wir gleich im video ich habe es überhaupt nicht bemerkt wirklich ich keine ahnung wo ich da war oder ich habe schon wieder verdrängt ich weiß nicht als content creator kriegt man natürlich so so einiges an informationen mit das brutal leute ok er schrieb darauf eine gebühreneskalation kann immer dann erfolgen wenn die xrpl durch hohe datenverkehr überlastet wird das ist ein schutzmechanismus damit es nicht voll gespammt wird ist ja logisch dadurch werden die gebühren erhöht die in das nächste hauptbuch aufgenommen werden um den spam zu reduzieren viele gebühren waren damals in den anträgen fest kodiert dafür tx also transactions nur zehn bis zwölf tropfen also drops eine million drops sind ja ein xrpl erforderlich waren aber in einer eskalationssituation werden diese alle in die warteschlange gestellt und nicht validiert und dann kam ein riesen durcheinander echt richtig coole antwort und ja ich wollte halt hier noch mal wissen wie kann das xrpl dann einen betrug von vielen datenverkehr unterscheiden ja das würde ich gerne mal wissen vielleicht weiß es einer von euch also ich kann es mir zumindest jetzt anhand dieser antwort von dem fett hier irgendwie nicht assoziieren das ganze wie es damals zum beispiel war wenn ripple erreicht was sie wollen werden wir allein im hinblick auf grenzüberschreitende zahlungen viele transaktionen haben ist das nicht ein eigentor ja also ist das nicht ein eigentor in dem sinne dass viele transaktionen heißt ja dementsprechend auch xrpl erkennt es da irgendwie als scan als scam an und drückt die transaktionen in das nächste hauptbuch und somit entsteht eine schlange und die vieh steigen halt in die höhe und das wollte ich halt eben wissen also mit diesem gedanken zumindest habe ich mich speziell noch seitdem nicht genau befasst falls einer von euch da draußen mich beleuchten möchte dann sehr 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 gerne ansonsten gucke ich mal ob ich selber raus bringe ok leute also es geht um das jahr 2021 am dritten november wo wir ja im bullern waren die begeisterung war einfach aber die begeisterung war einfach bei fast dem projekt und für jedes projekt einfach genial so auch natürlich für den xrp ledger und die ausgegebenen tokens drauf so das bringt natürlich auch viel verkehr also transaktionen mit sich und das sehen wir hier unter anderem vom xrpl service also xrp service hat hier backend statistik im jahr 2021 geteilt das sehen wir hier jetzt und dies wiederum teilte uns auf twitter einer der 35 unl validatoren mit fett worum es geht und der mir hier geantwortet hat auf meine frage leider auf meine zweite frage nicht mehr doch wo waren wir hier war es ja also ohne ende traffic ihr seht es eh 7194 prozent nach oben trend of users ja users 519k new users 507k also brutal brutal so und was wir hier jetzt sehen ist das mainnet das habt ihr öfter schon mal mitgesehen also der xrpl verwendet das unl modell was ist es genau hier gibt es vertrauenswürdige validatoren mit ihren nodes sie führen alles zusammen dezentral den konsens runden durch ja hier müssen immer 80 prozent der validatoren einig sein um zu um zum konsens zu kommen so am dritten november 2021 begonnen die validatoren einer nach dem anderen offline zu gehen so und jetzt kommt die kacke somit fielen wir unter 80 prozent also des schwellenwerts somit kam es dazu dass 20 von damals 39 war weil jetzt sind wir 35 damals waren wir noch 39 vor der tor das hauptbuch blockierten sie blockierten es also nicht genug um zum konsens zu kommen so hielt das xrpl an und stoppte ja aber wie wir es hier sehen können war es tatsächlich kurz ja also nicht stunden wie bei solana und natürlich nicht so oft das passierte einmal deswegen meinte ich mit meinem tweet oder mit dem fun fact generell hier das anhalten analysieren und lösen eines gesamten hauptbuchs da hat weniger als die blockzeit von bitcoin war genau auf diese ja auf diese ungefähr 25 minuten bezogen aber natürlich auch hier fühlt es sich an wie eine ewigkeit für alle beteiligten auch alle xrps waren gesichert und gingen während dem stopp nicht verloren und so weit zweit hat damals wirklich nonstop und aktiv hier die community damals top aktuell gehalten was da los ist es ging kein verlauf verloren das xrp funktioniert also der xrpl funktioniert ich glaube wir brauchen mehr proaktive infrastruktur betreiber wurde hier von unserem weißwein damals getwittert weißwein twitterte damals auch noch dies hier der xrpl ist ein open public und dezentrales netzwerk fertig ja auch hier wieder in schwierigen zeiten richtig geil zu sehen leute aber wenn die sache am dampfen ist arbeiten die üblichen verdächtigen immer zusammen rund um die uhr graben teilen von protokollen analytische denken und so weiter und so fort also wie wurde das problem nun gelöst leute es wurden eine reihe von validatoren gekickt die offline gegangen sind um den netzwerk zustand wieder herzustellen und einen konsens zu erzielen wir brauchen ja wieder eine 80 prozentige einigung ja das ist pflicht hier auf dem xrpl das problem soll oder die dinge deuten darauf hin dass es eine transatlantische aufteilung internationales routing problem und eine daher schlechte konnektivität war das ganze kam ja inmitten einer hohen auslastung und eines hohen verkehrsaufkommens auf dem xrpl also hoher traffic was wir auch hier gesehen haben auch ein schlechtes bildung soll ein weiteres problem gewesen sein das netz war nicht stabil genug um die last zu bewältigen wenn das bildung ist also viele faktoren spielten eine rolle was zum stopp geführt hat momentan zum beispiel average transaction fee noch immer 0,0022 average leisure interval 3,8 sekunden ja also zum beispiel 1 2 3 und fertig schon kommt der nächste ja also ungefähr passt es und was hier unser pfefe also fett also unl validator hier noch getwittert hat sehr interessant leute aber davor möchte ich natürlich sagen wisst ihr das zeigt eben worauf es ankommt oder wir halten uns dieses dezentrale immer vor den augen und denken nicht weiter genau weil es dezentral ist muss man schauen wer alles dahinter steht ja wenn die scheiße am dampfen ist es kommt auf die developer drauf an auf die entwickler und auf die community eben weil es dezentral ist auf die entwickler und auf die die an das projekt glauben kommt es einfach an weil es eben dezentral ist egal von welchem projekt jetzt die rede ist ja und wie gesagt hierzu zu diesem gedanken richtig geile treat von unserem fett es unterstreicht die bedeutung der community und ihre aktiven teilnehmer niemand wird kommen und uns helfen wenn die scheiße am dampfen ist wir müssen die sache selbst in die hand nehmen solche fälle wie eine transatlantische spaltung können jederzeit wieder passieren aber sie können sich darauf verlassen dass diese community auftaucht und alle probleme löst so ja also starke community starke entwickler hier auf dem xrpl und das ist eben das geile am xrpl und ich hoffe natürlich dass dies so weiterhin bestehen bleibt und freunde das alles ohne eine entlohnung ja und also die validatoren auf dem xrpl bekommen ja nichts wir haben hier kein proof of work wir haben wir kein also wir meinen hier nichts und und bekommen xrps wir haben kein proof of stake wir wir staken hier nichts und bekommen hier nichts ja jetzt mit dem amm automated market maker update wenn das mal kommt wahrscheinlich nächstes jahr vielleicht oder ende dieses jahr hoffen wir einfach mal dann können wir unsere xrps mal einsetzen bei den verschiedenen liquidity pools aber das zeigt doch die wahre stärke leute aber auf jeden fall was mir ein bisschen noch gedanken gemacht hat oder extra gedanken gemacht hat wieso er hier mit den fees daher kommt und dann aber hier wieder rum mit routing kommt und nichts über diese fees sagt was er mir hier zum beispiel geantwortet hat also ich weiß nicht ob wir vom vom selben tag reden oder vom selben und von der selben situation aber ich weiß dass er dritte november 2021 hier uns gesagt hat getwittert hat ich weiß nicht wieso er das gelöscht hat auf jeden fall kann ich hier seine antwort was er mir geschrieben hat hier noch sehen und schade dass er hier auf meine meinen gedanken hier nicht eingegangen ist aber ich hoffe das bekommen wir auch noch mal raus ps auch noch recht geil zu sehen bei welchem ledger das war also das war ungefähr beim 67.000 1574 ledger oder irgendwie sowas ja und und jetzt sind wir halt beim 82.607.684 ledger also es ist natürlich seitdem schon viel passiert auf jeden fall sehr schön wie exakt man hier was transparent zurückschauen kann ja und hier dann auch die zeit lass es ungefähr 12.25 sein und dann 12.50 ist dann alles wieder gegangen wie als wäre halt nichts geschehen leute ich hoffe der kleine gedankengang zurück in die zukunft hat euch gefallen und die lehren daraus auch bei extra beim xrpl kann was schief gehen man kann was falsch passieren kann die kacke am dampfen sein deswegen schaut man einfach so penibel wie ich immer wieder sage aufs mainnet und ihr seht es es wurde sau schnell im gegensatz zum beispiel solana einfach sau sau schnell gefixt also gelöst weil das mainnet eben das a und o ist leute falls ihr noch gedanken zu diesem thema habt oder noch etwas wissen möchte dann lasst mich das gerne wissen in form eines kommentars und ansonsten hoffen wir dass natürlich sowas nicht mehr vorkommt und ich bin gespannt beim bei der nächsten ja auslastungsprobe oder ansturm auf dem xrpl ob wir hier solche oder ähnliche probleme haben werden also vor allem ciao ciao euer avon und natürlich weiterhin klug investieren ich habe gesehen lot of change been through lot of day so things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays Das war's.